Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der hat beim 50-Jährigen die Festredigate gebraucht. Wir kaufen alle und der muss es schaffen. Die habe ich schon hinter mir, ja, ja, ja. Aber allzu viele Orangensaft macht einen nur so arg gesund. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde des Chorgesangs, die Sie verbunden sind mit dem Geburtstagskind, dem Männergesangverein Liederkranz Obererbach, im Namen der Sänger, die schon ganz aufgeregt an der Seite stehen und sich freuen, dass nun das Jubeljahr losgeht, begrüße ich Sie sehr herzlich hier in dieser kleinen, aber feinen Halle und freue mich, dass Sie alle der Einladung der Sänger des MV-Berbach haben. Begegn den Tag mit einem Lied. Begegn den Tag mit einem Lied. Ja, dann wird alles leichter gehen, wenn jeder deinen Vorsitz sieht. Ja, dann wird alles leichter gehen, wenn jeder den Tag mit einem Lied. Ja, dann wird alles leichter gehen, wenn jeder den Tag mit einem Lied. Ja, dann wird alles leichter gehen, wenn jeder den Tag mit einem Lied. Ja, dann wird alles leichter gehen, wenn jeder den Tag mit einem Lied. Ja, dann wird alles leichter gehen, wenn jeder den Tag mit einem Lied.